Ich weiß nicht so wirklich, wenn man jetzt ein höheres Level hat, dann ist es doch schwerer. Oder kriegt man dann mehr Erfahrungspunkte, dass wir so einen höheren Gang haben. Ich kann nicht glauben, dass schon wieder Weihnachten ist. Dieses Jahr habe ich dir kein Geschenk gekauft, aber ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Rosen sind rot, Feilchen sind blau, Gras ist grün, Eier sind weiß, aber innen gelb. Komisch. Ich arbeite noch dran. Ich arbeite noch dran. Beim Lesen, komisch. Das hört sich komisch an. So, tschüss. Boah. Der tat weh. Alter. Die tut weh, ey. Ciao. Boah. Das ist zu heftig. Und treffe ich ihn? Boah. Die ist so übel, die Waffe. Komm ich da hoch? Okay. Kann man so machen, oder? Da würde ich aber ganz gerne hoch. Wie komme ich denn da hoch? Alter. Welches krankeschwein denkt sich denn so ein Spiel aus? Das ist so gut. So gut. So gut. So, wie machen wir das jetzt, die Freunde? So machen wir das. Oh, komm schon, ich will die Waffe haben. Die hat aber auch eine Reichweite, das ist ja unglaublich. Alter. Also die Uzi-Munition können wir uns auch abgreifen. Oh. Ich sehe da schon die Doppel-Schruttflinte vor meinen Augen. Let's get up. Habt ihr den Dreher gesehen? Er hat nicht mal richtig eingesetzt. Geiles Level. So, jetzt will ich aber auch mindestens B. T für Chefs können es besser. Ich verstehe das Prinzip nicht. Erspielte Punkte. Zeitbonus. Okay, nach Zeit geht es auch. Kills. Alle getötet. Nie gestorben Bonus. Schwierigkeitsbonus. Wie ich gesagt habe. Wahrscheinlich, wenn ich einen schwierigeren Modus nehme, dass ich dann nochmal mehr Punkte bekomme. Weil an sich, das, ich meine, ich bin ja selbstkritisch, aber das war schon ganz cool. Finde ich. Dennis Büro muss hier irgendwo sein. Wenn wir dir, wenn wir der Spur von Kopfgeltigern weiter folgen, müssen wir irgendwann dort eintreffen. Cleveres Prinzip. Ein Skateboard. Ja, und drehen. Könnte du? Geil. Oh, leider hingefallen. Hey, 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 Skateboard. Scheiße. Das Skateboard läuft nicht weg. Sorry Leute, aber das ist einfach zu cool im Skateboard. Hups, runtergefallen. Hä? Okay, versuchen wir mal cool zu sein. Bam! Action! Okay, verstehe, da kann man gar nicht durchschießen. Aber schon. Hä? Ich dachte wir kommen jetzt darauf. Okay, so geht es auch. Tschüss! Noch einer? Ich habe nicht eine neue Tür. Ich kann das Skateboard auch ins Sprung wegdrehen. Da wollte ich zu viel. Schade. Hier kommt die Karnevaler-Balerie. Boah, hat er mich aber trotzdem noch gut drauf? Und so. Ja, da dachte ich erst, es geht nach unten. Aber, habe mich dann doch nochmal unentschieden. Kremi geht anders. Ja, okay. Aber ich hatte zu viel Spaß am Skateboard. Gibt es hier in der Kiste eigentlich auch Munition? Ist da irgendwas drin oder so? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein interessanter Beruf, Kopfgeldjäger zu sein. Ich frage mich, ob zahnärztliche Zusatzleistungen gewöhnlich im Vertrag inbegriffen sind. Schreibt mir doch mal eure Erfahrungen. Der hat gar nichts mitbekommen. Das die auch immer alle anfangen müssen zu schießen. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Okay. Ja, ich weiß, da ist auch Dynamit, aber... ...hat doch schon Style, oder nicht? F***, wo bin ich denn da reingeraten? Das tut weh. Das macht man doch nicht. Da hat die Sau mich echt noch getroffen. Ich renne aber auch in jeden Schuss rein, wa? Alter... Oh die hat überlebt. Aber die frage ist will man das, nach so'n Schuttfl Electronic ist. Oh die... Boah der hat überlebt. Okay, ich schweil das nicht. SPRITZKILL So, wo geht es jetzt lang? Sie fangen an zu schießen, dann ist meins notwendig. Und ich wollte schon sagen in einen Durchgang. Ui, oi, oi, oi. Das Geräusch ist böse, wenn das Ding losgeht. Oh, die Mentionverschwendung hätte ich auch kaputt treten können. So, langsam müssen wir unseren Kollegen mal finden. Ups. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet? Okay. Darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Ich war erstmal auf so einen Text gespannt, was da jetzt gleich kommt oder so. Komm, ich bleibe bei der Schriftflinte. Die macht einfach am meisten Spaß. Hier scheint das Sicherheitsnetz dichter zu werden. Wir müssen uns Dennis Büro nähern. Wahrscheinlich empfiehlt es sich, niemanden Alarm auszulösen zu lassen. Mit einer Schriftflinte. Da ist der Alarmknopf. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Oh nein, ey. Jetzt weiß ich auch, was da passiert. Ja. Ich muss nicht runter oder wo? Ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsfeier oder was? Oh, ich muss mich um? Schiss. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, das war echt doof von mir. Das hätte man anders lösen können. Das gibt's doch nicht. Ein bisschen Trouble. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alter. Puh. Konzentration. Alter, die fangen wir schon an. Nein, 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 nein. Jetzt kommt mal die Leichen davor. Das Level macht mich echt fertig. Das Leben. Ja, das kann ich jetzt auch gebrauchen. Niemals erwischt ich ja genau meinen Fertig. Komm, wir machen das jetzt so. Ich sag dir, die Schröpflin ist am besten. Puh. Ups. Vollgestolpert.